Wir wählen nun das 6. Paar mit der Frage Nummer 2, Tanja Randeira und Pascal Lutz. Wir wählen nun das 6. Paar mit der Frage Nummer 2, Tanja Randeira und Pascal Lutz. Wir wählen nun das 6. Paar mit der Frage Nummer 3, Tanja Randeira und Pascal Lutz. Wir wählen nun das 6. Paar mit der Frage Nummer 3, Tanja Randeira und Pascal Lutz. You're right, you'll be your ultimate, it's automatic, I'm sure I ain't nobody, so don't even try, tell me that you're not. Danke, Herr Pascal Lenz und ich meine Lenz sind auch hier die Dankeschön, den Arme Kammer 2. So, das letzte Paar.